Ah ja, Anmod. Irgendwie jetzt dann. Mach du mal, ich esse da mal einen Löffel Nudeln. Du isst da mal einen Löffel Nudeln. Okay, und Damen und Herren, herzlich willkommen zu LEGO Star Wars, die kommende Saga. Ich esse jetzt doch keine Nudeln, wie der Stefan gerade. Aber die größten Nudeln ist auch er. Und ja, wir sind stehen geblieben bei... Ach, jetzt mal, wir fangen wieder. Ja, mein Katina fällt hier. Schnell rein ins Level, in die Jedi-Schlacht nämlich. Das passt ja zu dem, was wir da gerade schon fast betrieben haben. Und wenn Stefan jetzt die Nudeln-Schnellgottin gegessen hat, kann er sogar vorlesen. Okay, Episode Angriff, 2. Klonkriege, Kapitel Jedi, 4-Schlacht. So, jetzt lesen wir nochmal. Bei Versuch, Obi-Wan Kenobi von Geonosis zu befreien, werden... Warte, wir haben es letztes Mal... ...werden Annegarn Skywalker und Batman Amidala von Jango Fett gefangen genommen. Obi-Wan hat ein Notsignal an den Jedi-Rat geschickt. Doch die Lage scheint hoffnungslos zu sein. Zumal Kontoko, der Führer der Separatisten, die Innenrichtung unserer Freunde persönlich überwacht. Gleich versuch, ein bisschen Nudeln zu imitieren. Die Innenrichtung. Die Innenrichtung. Die Innenrichtung. Ich werde nicht ruhen, bis ihr Kopf auf meinem Tisch liegt. Die Innenrichtung. Ich bin misspielen wie jetzt oder? Jawoll, du bist wieder Doide! Haha! Ja, ich darf nicht mitspielen obwohl die laute Jedi sind. Also wirklich, lauter, ey okay ich sammle immer Münzen, du sterben. Okay gut, zum Glück sammle ich die Münzen. Halt dich mal, erwarte ich kann ein Batman nehmen immerhin. Nach Möglichkeit. Dann hörst mich an der Tausende. Bitte, hier kannst Batman nehmen. Ja, jetzt können wir ein bisschen downen wie sie es kann. Ja, das glaube ich. So, der hoch sind wir jetzt noch nicht gekommen. Ne, kommen wir auch glaube ich nicht. Ja, natürlich. Nicht äh, nein nein, das klappt niemals. Nein, nein nein nein. Nein, nein nein, das klappt niemals. Bin's dann. Tja. Wir brauchen Dings. Ja, da würde mir noch ein Jedi fehlen. Ja. Ja. Was war denn? Ne, wir müssen beides gleichzeitig, oder? Ich weiß, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich müssen wir beides gleichzeitig, ja. Ahaha. Auch wenn sie auf Krün gegangen sind. Und? Nein, die sind blaue Münze. Eigentlich hast du dich. Mann, ich habe das Power-Up verpasst. Gibt's ja nicht. So. Oh. Kann ich hoch? Ich auch hoch. Ich seh nix mehr. Da oben? Ach hier ist einfach noch ein Mini-Cut. Ich seh nix mehr. Ach. Ja, aber ich. Warte mal. Habe ich Skill? Nein. Ja. Ja. Ja, der lässt doch mal währenddessen was machen kann. Ja. Wenn ich nix sehe, oder wie? Ja, genau. Denkst du etwa, ich habe die Macht, oder wie, und kann das spüren, was ich gerade mache? Pff. Ja, also du bist bei Swindle. Also. Na? Ja, der hat halt aber nur ein Lilla-Lichtschwert. Ja. Na, na. Na, na. Da kann einfach gar nix werden. Ach komm, da war ich doch weg. Da war ich doch weg. Da war ich doch weg. Das Spiel mag mich hier nicht. Hast du das gesehen? Niemand mag dich hier in dem Game. Ich glaube, wir haben hier zu oft Zeit zu vertrügeln. Ich hole keine Zeit. Das machst du gut. Ja, hä? Vielleicht. Kannst nicht in Bomben reinlaufen. Ja, das ist irgendwie nicht so zielführend. Wenn, dann muss man mit dem Power-Up in die Bombe reinlaufen. Oh. Aber Redi, jetzt kann ich's drauf stehren. Ich glaube, wie er... Wie ich will. Ja, man, man, man sieht, glaube ich, dass es hier nicht so schlimm ist. Ja, wird schon mal Redi sein. Oh, da ist ein Aufzug. Kommt doch wieder runter. Da hoch können wir uns... Ach, nein, ey. Ey, wir mussten aktivieren hier mit dem Ding, der hat. Ich glaube, wir können nicht. Wir müssen mit Sturmtrupple, glaube ich, ja. Oh, ja. Haben wir ja zufällig Sturmtrupple? Ja. Ich glaube, die Kluene sind noch nicht da, ne. Bin ich zufällig ein Sturmtrupple? Ja, ich bin zu spät zu der Fee, das hältst du ja doch nicht. Ah, ich hab's geschafft. Einmal. Du hast Power-Up. Ja, jetzt... Das ist doch ein kleines Kind noch. Danke. Oh, hab ich dich umgebracht? Ja. Habe ich gut gemacht. Du kannst mal die Sicherheits-Truiden lahmlegen. Oh, ey. Wo ist noch einer bei dir? Ja, der wird zu uns kommen. Also, jetzt... Eigentlich jetzt. Ja, jetzt noch was, was wir aufbauen können. Das da. So. Ist das falsch rum? Das muss noch... Was da eigentlich gerade passt. Das hier da unten. Ja, das kann ja alles sein. Also, das kann man jetzt schon denken. Aber ich... Also, ich würde es in Zweifel ziehen. Halt! Lass mich damit drauf. Ja. Also... Ich will ja nicht sagen, dass du schlecht bist. Das war halt schon irgendwie nicht so gut. Hä? Geht das nicht? Ja, gut. So geht's nicht. Aber... Ist ja auch egal. Ich bin halt auch kein Dings, ne? Es bringt halt trotzdem nicht. Es bringt halt auch nichts. Also... Jetzt... Jetzt kommt's. Und jetzt können wir... Achso, doch. Halt! Das geht mal. Warte, ich... Ich hol's wieder runter. Ja. Würde ich mal. Ja, schön. Jawohl. Alleine kann man das, glaub ich, hier nicht holen. Ich... Ne, ne, alleine kriegt man das... Das kann man nur am Dingsten aber... Sag mal... Ja, wir brauchen keine... Apropos alleine. Willst du vielleicht auch stirn? Das ist doch wie du als Schüler stirnst. Es ist ja wirklich... Also ich erwarte hier Leistung. Vom... Vom größten Jedi Meister... Zweitgrößten Jedi Meister. So. Was machst du das denn? Ja. Ja. Sind sie hin? So. Oh. Action. Oder hab ich Jungle abschießen? Weee. Ah. Also ja. Ein rohes... Wo ist Mace? Wo ist Mace? Wo ist Mace? Ich wollte gerade sagen, wo ist Mace Windu? Das gibt's nicht. Wo ist Mace? So. Stülbst du denn? Oder war das? Na dann nehm ich Obi-Wan, das passt. Mach du auch mal was hier. Schliess, bist du Mace Windu? Danke. Das war nicht so ganz die Definition von mach mal was. Deswegen ist meine Blauen Linze noch. Ja ok, ich hab sie. Ok. Ey, warum bin ich Pappen? Ich. Nicht bist. Lass sie mal wieder nach außen reden. Äh. Ja. Man kann irgendwie nur so außen rum gehen. Ja. Das Level Design noch nicht so fortgeschritten werden. Ey. Sag mal. Bist du eigentlich... Sag mal. Du stehst ja auch nur einfach so dumm rum. Ne. Ich hab ja schon Leber abgezogen. Also immer wieder. Aber jetzt ist er am Boden. Jetzt hat er gar nicht so gesehen. Und jetzt schießt du wieder Raketen. Oh, was hast du wieder? Glaub ich. Da? Hallo? Pfff. Wird hier nicht weggerannt. Oh. Ging schnell. Geköpft. Da sind die Sturmgruppen. Ja, ein bisschen zu spät. Jetzt ist es gut. Okay. Ist das Level nämlich vorbei. Befürchte ich. Leider. Also besonders lang war das jetzt aber auch nicht. Ne. Das nächste ist ein Fluglevel. Ja. Ja, aber... Wir wissen ja, wenn wir das Spiel nicht auswendig können, wir schon ein paar mal herausgehoben, dass... Ja, genau. dass die Hanna-Pandle noch kürzer sind. Eigentlich. Also Count Dooku ist noch bei weitem kürzer als das, glaube ich. Sehr kurz, ja. Und das Fluglevel wird ganz kurz sein, also. Aber wir können jetzt quasi das Fluglevel noch in diesem Part machen. Und im nächsten Mal machen wir dann Count Dooku und das erste Fluglevel ist vom dritten Teil. Ah. Schlau. Weil das ist ja dann im ersten Ding ist dann nochmal ein Ding. Also, es geht einfach direkt weiter, Jungs. Nix warten auf morgen. Das... Machen wir jetzt einfach direkt hier. Dann darfst du jetzt vorlesen. Okay. Episode 9. Angriff der Unterhosenjäger. Kapitel 3. Kanon-U-Boot-Kavallerie. Die Armee der Separatisten wurde mobilisiert. Unter der Führung von Meister Yoda und Meister Palpatine stellen sich den neu gebildeten Sturmtruppen auf Geonosis der Druidenarmee der Republik mutig entgegen. Qui-Gon Jinn und Ahsoka Tano greifen um die Schlacht ein, während sie Lord Tyrannis in ihrem republikanischen Segelboot folgen. Ne, ne, ne. Wir sind hier in seinem gelben U-Boot. Wir leben in der Yellow Submarine. So, apropos. Also gut. Wir steuern jetzt hier eben die besagten gelben Unterseeboote. Ja. Und nicht da rein gefahren. Doch. Aber es ist getötet dann tatsächlich nicht. Ja. Ja. So. Genau. Einmal hier durch. Ja, warte. Ey, ey, ey. Jetzt ist, äh... Ja, ja, das ist, äh, interessant. Immer wieder ein bisschen... Oh nein. Oh nein. Wir müssen Bomben ziehen. Oh nee. Das ist ja... Nein, 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 nein. Oh, das ist so... Das ist so das Schlimmste. Nein. Ja, genau. Genau. Erstmal alles zerstören hier. Und ich bin da rein gefallen. Gut gemacht. Ey, also ich... Oder? Ich würde sagen, jetzt erst mal hier kurz alles zerstören. Ja, ich nehm ne Bombe. Dann so. Und jetzt, äh, beide rechts rum. Wir haben mit der Kamera kein Problem mehr. Ihr sollt schnell durch. So selbst werden. Ein Leben ist nicht so schlimm. Und... Och, schön. Ne, ich wollte noch ein zweiter aber. Ja. Ey, noch ein Laserstrahl? Ne. Okay, dann probiere ich das jetzt mal. Okay. Komm mit. Au. Wo meisterlich? Hast du das gesehen? Ah, der Hagen. Wie wenn ich das schon mal gespielt hätte. Also normalerweise stelle ich mich da ungefähr so an wie beim Springen. Ja. Oder noch mehr. Eure Ernst. So. Einmal das hier alles gedrückt. Oh, noch ne Bombe. Werdet ihr das noch kommen sehen? Aua. Aua. Das Ding ist, wenn ich jetzt... Au, au, au. Die Laser... Weg. Ich nehm auch mal ne Bombe. Ich hab... Ja. Du gemacht. Nein, nein. Ja. Der denn her? Aua. Ja. Ja. Schnellfeuer, ne? Ich bin mir nicht sicher, aber prob... Ne, ne. Ich glaub es geht mit der Bombe. Schau wir mal. Wie ist das Schnellfeuer oder ist es... Oh, ich hab nur noch ein Leben. Du bist jetzt... Ich hatte auch nur noch ein. Du bist jetzt... Ich hatte auch nur noch ein. Da kannst du jetzt die Bombe nehmen. Vielleicht ist das besser. Weil das schon wieder einschaden wird. Und... Au, au, au. Du bist tot. Gut gemacht. Die Bombe rollt. Und ich hab sie. Ich hab sowieso kein Dings mehr, also. Ja, stimmt. Ja doch, Walter war das da. Ich hatte noch Münzen. Nein. Achso, wir haben es. Ach, wir haben es. Hat geklappt, ja. Schnellfeuer gab es in dem Ding gar nicht. Ah, ne. Wahrscheinlich nicht. Ich... Ja... Ja, wir werden hier kein Dings werden. Das ist... Das kürzte. Ja, ja, ja. Kann sein. Okay, vielleicht kommen wir hier mit null Münzen raus. Und selbst wenn es das sein sollte, dann ist das auch egal. Okay, ich bin auf einmal anleben. Oh, hab ich losgelassen. Warte, warte. Ich bringe mich jetzt um. Ich würde schön, dass man sich mit ansagen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich hab die Bombe verlor. Äh, wie? Echt? Okay, ich nehm die jetzt. Siehst du in der Aufnahme. Äh... Oh, oh, oh. Nein, nein. Aber so ungefähr wie du... Nein. Aber sie... Sie rollt noch. Also hätte die Republik das machen müssen in der Schlacht, dann hätt sie verloren. Nein, das ist gegen die Dings explodiert. Gegen den Hagelfeuer-Raketen. Äh... Hagelfeuer-Raketen. Hagelfeuer-Raketen drüben. So viele Laser. Oh. Ouch. Ja, 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 ja. Ich sterbe jetzt. Ne, doch nicht. Durch, durch, los. Ja, ja. Nein, komm. Nicht dagegen. Oh, Mann. Wenn erst mal... Okay, wir haben... Hau gehen halt. Wir haben wohl nix mehr. Äh... Nein, ich hab 100. Wir haben einfach... Jetzt... Jetzt ist auch egal. Jetzt ist einfach Judo durch. Ah, warte. Ah, warte. Ah, weh nicht. Noch kurz umbringen, genau. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Warum? Oh, nein, jetzt. Ja, also eigentlich ist das Level nicht so lang, wenn man es halt mal schafft. Ja, vorher haben wir das doch auch irgendwie hinbekommen. Jetzt sagen wir das nicht. Jetzt aber. Jetzt. Noll! Trotzdem haben wir beide gestorben. So. Wir haben jetzt schon den letzten Teil immerhin. Ja, ja. Das ist... Mit Minikits wird mir wenigstens gelohnt. Ja. Ja. Da rechts kannst du auch noch das eine einsam bringen. Ich. Ja. Du. Nein. Schön. Ja, ich bin wirklich gestorben. Schauen wir das heute noch mit den Nullmünzen, wenn sich das ausgehen würde. Ja. Das fehlt genau ein Minikit noch. Und du wirst noch genau wo das war. Ja, stimmt. Ganz am Anfang. Das Ding ist, du bringst dich halt um, weil du mich mitziehst. Bringst du dich selber noch um, weil du dumm bist? Äh, was müssen wir eigentlich mit diesen Bomben machen? Ja, in die geschützten Dinger reinziehen hier. Tatsächlich. Ich bin mir nie sicher. Ich hab auch noch einen Mann. Äh, ja. Wo ist sie denn? Bombe? Oder hast du die noch? Wollte ich nicht rein. Nein, wo ist sie? Äh, die kommt hier wieder. Außen sind alle Bomben theoretisch irgendwo außen. Wenn du da mal irgendwo an den Rand schaust. Ach ja, da hinten. Wie kann man sich nicht nur so schlecht anstellen? Hä? Wir müssen das jetzt hier. Das war doch hier. Ah, da links. Was, das kann man aufsicht, damit ich wieder sterbe? Ach, hier. Ja. Ja. Eins von 100. Ja. Ich vermisse die Torpedos aus dem ersten Level. Ja. Ja. Die waren schon teilweise. Ach ja, wir dürfen jetzt das zerstören. Ja. Power up hast du. Gute. Da kann man auf Ariedi werden. Wo ist das außen? Ja. Ja. Du kannst das innen auch ne... Oh, wir können zwei nehmen. Könnten wir, ja. Das ist nicht so blöd. Jawoll. Ich hab meinen. Mhm. Nein. Natürlich nicht. Natürlich kann ich jetzt der Hagelfeuertrüde. Nein, nein. Das ist nicht möglich. Ich wusste gar nicht, dass das... Nein. Oh Mann, ey. Ich wusste auch nicht, dass das geht. Aber es war witzig. Komm. Blöden Hagelfeuertrüden. Nein. Nee, das ist das. Ach, komm. Ja, ja, nee. Ja. Schön. So. Okay, ja. Nein. Der ist aber richtig reingehauen in das Ding. Ach so, ja, wir müssen ja. Äh, hast du ne Bombe? Nein, komm. Ja, ja. Nein. Und Schwung. Jaaa. Das letzte. Bitte. Sag mal. Was machst du denn? Ich will direkt. So. Jetzt. Nein. Nein, das war... Ja. Hier habt ihr gesehen, wenn man sich sehr blöd anstellen kann in so nem Level. Man kann's in 2 Minuten wenden, man kann aber auch 10 Minuten brauchen. Äh. Was? Nein. Was? Nein. Was? Wie, wie, wie? Warte mal, was? Ich weiß nicht, ich glaub wir haben das von... Also wir hätten nur so ein Tausender mehr behalten müssen halt. Nicht mal, glaub ich. Wir waren 99% jung. Es ist... Es ist... Es ist sehr leicht, äh... Tatsächlich in den little Vahre Jedi zu... Also man braucht sehr wenig Münzen, so muss ich sagen. Es ist eben nicht sehr leicht. Aber man braucht halt sehr wenig Münzen, um da Vahre Jedi zu werden. Also das hat schon ein bisschen belastet, muss man sagen. Zu 1% weg, allerdings. Aber nun gut. Äh... Ja, wie so in die Kantine, also... Also wir können hier den Part einfach enden, ja genau. Genau, das würde ich an der Stelle auch sagen. Ja, äh... Ihr habt zwei ganz tolle Level gesehen. Opa, also das ist... Das erste war eigentlich wirklich... Ist eigentlich ganz okay. Halt bloß. Also man merkt ein bisschen, dass es halt alt ist, die Arena, weil du nicht in die Mitte kannst. Aber ansonsten ist das halt ganz cool und über das letzte reden wir nicht. Nee. In dem Sinne, möge die Macht mit euch sein und das Kanonenboot mit Sicherheit nicht. Servus. Ciao.